Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play vom OMSI 2, den Omnibus Simulator. Ja, wir befinden uns diesmal auf der Map Express 91,06. Gefahren wird heute mit einem M.A.N. Lines Classic heute. Und ich würde sagen, gehen wir mal in den Bus rein. So, warte, ein Freund hat jetzt gerade noch geschrieben. Ich weiß nicht, mach mir klar. So. Guck mal, der Fahrplan jetzt. Doof, dass der Fahrplan nicht hier hängt, das ist ja blöd. Okay, denk ein Fahrplan, wie blöd. Da hängt ja gar kein Fahrplan. Das ist ja scheiße. Okay, wir fahren die Linie 11 von Bifresca nach, wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht, wie das nochmal heißt jetzt. Wir fahren die Linie 11 von Bifresca nach Pauhalan, Quartier Residentil, Abfahrt um 12.07. Und ja, dann starten wir den Bus jetzt mal kurz. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das jetzt schildere. Ayayaman Ibis, wunderbar. Jetzt hat es Radio, aber Radio mache ich jetzt natürlich nicht an, weil... Wegen dem GEMA. Genau. Und die Route. So. So, wo starte ich jetzt gleich? Ist jetzt eine gute Frage. Ah, ich glaube da, würde ich sagen, oder? Ja, ne? So, jetzt starten wir in den Bus jetzt mal. Ah, Feststellbremse ist noch. Angezogen. So, ich glaube hier starten wir, ne? Mein ich. So. Das ist die erste Anstelle. So. Da starten wir jetzt. So, dann spuren wir die Uhrzeit nochmal vor. Machen wir mal ab 12.05 Uhr. Da haben wir noch eine Minute Zeit, würde ich sagen, auch. So, jetzt steht da aber kein Fahrgast. Vielleicht steht da ja noch einer dementsprechend. Das ist ja noch einer dementsprechend. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Ich mache mich jetzt eigentlich gerade. Warte, ich. Ich mache das jetzt gerade nochmal neu. So. So, das ist Bifriscar. So, jetzt muss ich ein bisschen. ein Stück mehr zurückfahren. So. Ich habe das jetzt aber geschildert. Ich habe das jetzt. heute auf den Frankreichen also Frankreich Frankreich auch wir fahren auf Frankreich Blödsinn wir fahren heute auf den französischen Map Express 91,01 also Express 91,0 ne wir fahren heute auf den französischen Map Express 91,06 fahren wir heute so also dieser Map spielt natürlich in Frankreich genau was ist das denn für ne scheiß Kreisverkehr hier ey der ist ja blöd gemacht worden so so Woh! Woh! der motor war nächste halt mal hier der nordzeit hier 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 Und jetzt fahr mal da rein, genau. So. Jetzt ist der Performance ein bisschen mehr schlecht. Also ein bisschen kacker ist der Performance jetzt, finde ich. So. 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 Prozent sie haben so gern sie haben so jemanden Menschen fahren gar nicht wahr was das ist für eine Fahrscherei hier das hat jetzt die Kollision sowieso aus die Gasse ist auch ein bisschen Kack gemacht, find ich nächster halt das ist Pettet Plan Oh! Das war's. Das war's für heute. Ja, was haltet ihr denn ein zu diesem Map und Bus? Schreibt es mir mal gerne bitte in den Kommentaren rein, was ihr zu diesem Map und Bus haltet. Also ich finde, mir macht es sehr Spaß, finde ich, hier die Karte, um mit dem Bus zu fahren. Oh! Ja, geil. Ja. Boah, leck mich doch am Arsch jetzt, ey. Mensch. Ja, und jetzt! Ja, fahr! Mensch. Ja, ich weiß. Das war's. Keiner mit? Dann fahr mal weiter. Ah, es gibt auch Ansage. Ah, wie cool. Es gibt auch Ansage. Cool. Ach so. Ansage gibt's auch. Warte. Prochain Arrêt, Jules Verne. Arrêt, Jules Verne. Prochain Arrêt, Petit Plan. Arrêt, Petit Plan. Prochain Arrêt, Rücher. Ah. Es gibt auch französische Ansage natürlich. Cool. Sehr schön. Die Ampel dauert wieder so lang. Das ist ja geil. Ah, jetzt. Das war's. Überlang. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Will die mit? Nee, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da bin ich gleich für eine Woche weg, bin ich gleich, da bin ich gleich für eine Woche weg, also für eine, also für eine Woche bin ich gleich weg, in Holland, da geh ich schön im Zawa, da geh ich auch schön im, da geh ich schön zum Safari Park, da geh ich, da geh ich dann schön zum, da geh ich dann schön zum Safari Park, zum Zoo, in Schwimmbad geh ich schwimmen und schön am Meer, an der holländischen, an der holländischen Küste, am Strand, also in Strand geh ich dann, da geh ich dementsprechend dann ins Strand, genau. Arrêt, place du village. Afagis ist noch drin, wunderbar. Ja. 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 jura. So, ich muss mal grad runter, Pizza holen, ich bin gleich wieder zurück. So, ich bin gleich wieder zurück. So, ich bin gleich wieder zurück. So, Leute, bin ich jetzt wieder, ich hab mir jetzt grad, ich musste mir kurz grad Pizza holen und jetzt können wir weiterfahren. So, ich bin gleich wieder zurück. So, ich bin gleich wieder zurück. Die Karte finde ich sehr abwechslungsreich, sehr abwechslungsreich, die Karte. Macht mir Spaß, die Karte da zu fahren. Und zweimal wieder mit deiner Ruckelei. Ja, ich hab's jetzt bald. Na, also. So, fallen da noch welche mit? Nee, ne? Nee. Warte mal. 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 Ja, der Tacho da mit dem KMH, die ist ein bisschen verbackt, finde ich. Will jemand mit? Keiner mit heute, oder was? Will er heute heute mit? Will er heute keine mit, oder was? Ist ja komisch. Verstehe das auch nicht. Hier rein müssen wir, oder? Ja. Ja, da rein müssen wir. Ah, und das hier ist der Busampel, der Blauer da, oder? Ich glaube ja, ne? Ah, weiter geht's. Ah, können wir weiterfahren. Das hier ist der Busampel. Und das hier ist doch nicht so schlimm, oder? Ich glaube, nicht so schlimm. Arrêt, La Martinière. Prochain arrêt, La Martinière, La Martinière, Terminus. Hamzi 2! Konés! Arrêt, Voiland, Quartier résidentiel, Terminus. Hä? Moment mal. Moment mal. Moment mal. Hä? Hä? Bin ich jetzt da falsch, oder wie? Hä? Ist nicht dein Ernst, bin ich völlig falsch, oder? Hä? Warte mal. Ich glaube, ich bin falsch. Warte mal. Ah, nee, ah, nee, ich hab da... ich hab da mich grad verfahren. Ah, ich bin da falsch, ah, ja. Bitte? Ja? Hallo? Hi. Ja. Okay. Die Sachen von Holland mit dem Koffer da, ne? Im Koffer, ja. 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 Wo? Ja. Okay. Okay. Bis gleich, tschüss. Bin noch am Essen, ne? Ich ess noch grad Pizza. Okay. Tschüss. Bis gleich, tschüss. Ja, entschuldigung, entschuldigung, sorry. Entschuldigung, sorry. Entschuldigung, sorry. Entschuldigung, sorry. Ich musste grad meinen Freund anrufen. Also ich musste grad meinen Freund anrufen. Musste grad mit meinem Freund anrufen. Musste grad mit meinem Freund telefonieren. Nee, dann war ich falsch. Kann ich die, äh, Ansage da zurückspulen? Nee, ne? Äh. Ja, ich hab mich grad wohl verfahren eben. Schneider, die nicht irgendwo ab. Das sind dann. Die, die im Freund waren. Ja, ich hab mich gedreht. Ich hab dich nicht unter ihnen. Ich hab mich danach aufgerufen. Leashbisch in der Zeit zurückgeufen. Das war's. Ja, Entschuldigung, sorry, ich habe mich gerade eben verfahren, das tut mir leid, das wusste ich jetzt gerade nicht, weil ich gerade nicht auf den Hilfsteil da drauf geachtet habe. Aber ich glaube, das ist jetzt Terminus, oder? Terminus, meine ich, ne? Ja, das müsste Terminus sein, glaube ich. Ja, das ist Terminus. So, das war's mal wieder für heute mit Let's Play Omzi. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann werde ich uns freuen, wenn ihr da einen Daumen nach oben gebt und ein Like da lasst. Und ja, ich bin jetzt gleich in Holland, fahre ich jetzt gleich hin, also ich fahre jetzt gleich nach Holland, ich fahre jetzt nach Holland gleich, jetzt werde ich gerade noch Pizza essen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt noch mal oben, lasst ein Like da und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit Omzi 2 einschalten werdet. Wenn es euch dieses Video gefallen hat, wenn es euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt es mir, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare rein. Und ja, das war unser Bus, unser MAN Lines Classic. Ich sage euch, bis dahin, hautet rein und machtet gut. Euer Brian Bausch LP Ich sage euch, bis dahin, hautet rein und machte gut.